Sorry, ich muss mal kurz nerven. Ich bin eben widerlich. Manche Leute haben mir in letzter Zeit gesagt, dass sie finden, dass ich ein bisschen zu viel Werbung mache. Nun, das Gewinnspiel von meinem Partner Instant Gaming mit dem Link in der Videobeschreibung, wo man ein kostenloses Spiel nach Wahl gewinnen kann und ich selbst finden, dass ihr ein bisschen übertreibt. Ihr müsst das doch ein bisschen verstehen. Ich brauche ein bisschen Viagra. Für die Long-Position. Deswegen werden hier und heute wieder eklatant Horror-Games gefetzt. Erhöht das Krebsrisiko, ganz klar, aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Braucht jeder, aber niemand gibt es zu. So wie Fotos von Frauen in Yoga-Pants auf deinem Handy, was? Wie bitte? Widerlich. So, das ist jetzt zwar nicht ganz hundertprozentig ein Horror-Game, aber was wäre mein Kanal ohne dieses Schmuckstück hier? The Stanley Parable, den King of Fourth World Breaking Games. Also ein Spiel, was sich darüber bewusst ist, dass es ein Game ist und damit satirisch spielt. Es ist fantastisch. Und nicht nur das, sondern auch schon einige Jahre alt. Doch jetzt im April ist die Ultra Deluxe Edition rausgekommen. Mit neuem Content. Wie gesagt, ich hatte nie das Vergnügen, aber ich möchte das unbedingt nachholen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Das geht eine ganze, ganze Weile. Und wir schauen uns mal an, wie das hier umgesetzt ist. Ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, ich gehe komplett blind hier rein. Ich habe das nie gezockt. Ich habe nie ein Video drüber gesehen. Nur immer mal ein bisschen was von gehört. Und ja, jetzt ist es soweit. Es geht los. Das ist die Geschichte von einem Mann namens Stanley. Mhm. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Okay. Employee number 427's job was simple. I sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor of desk, telling him what buttons to push, how long to push them. Die anderen sich das Leben von Streamern vorstellen. Okay. Echt, der hat eine steile Karriereleiter im Kopf. Und jetzt ist er sie erklommen. Denn Zef spielt das Game. Und dann ein Tag, etwas sehr peculiares passiert. Was ist geschehen? Was ist geschehen, das würde immer wieder verändern, Stanley? Was ist geschehen, das würde er niemals vergessen? Er war bei seiner Desk für fast eine Stunde, als er wusste, dass nicht nur ein einziges Order hatte eine Reise auf dem Monitor, um ihn zu folgen. Ja, die sind alle eingewiesen worden, ey. Das hält doch kein Mensch aus. Und äh, Moment, ich soll das jetzt tun, ja? Ja, ich soll aus dem Büro hinaustreten. Und du, also ich spiele die Geschichte, die der Erzähler erzählt, das unglaublich gut geschrieben ist bis jetzt. Ein geiles Voice-Acting. Warte mal, schauen wir uns hier erst mal um. Ich bin auch irgendwie gefühlt 1,90 Meter groß oder so, aber damit haben wir noch kein Problem. Okay, vielleicht ist das Monster bloß 1,89 oder so, dann habe ich einen Grund, das auszulachen. Äh, I hate Mondays. Du, du solltest einen Job als FNAF-YouTuber annehmen, kannst du deinen ganzen Kalender draufschreiben. Ha! Okay, ich, äh, step mal out. Ich bin's? Ja, das ist die Frage, ne? Okay, die sind vielleicht alle, äh, bei einem Meeting und ich hab das verpasst? Niemand hat mich eingeladen, Alter. Ich würde aus Knatz wegbleiben. Gibt's hier irgendwas an den P... Ups. Ich hoffe, du hattest vorher gespeichert. Hehehe. Be my Valentine. Oh Mann. Wo ist denn aber der Meeting Room? Stanley konnte sich nicht mehr erinnern, wo der sich der Meeting Raum befand. Deswegen öffnete er das Fenster und sprang hinaus. Er ist ein alternatives Ende oder so. Wenn Stanley kam zu einem Set von zwei öbten Doors, hat er die Tür auf seiner Seite. Machte er? Jeff, halt dein Mundwerk. Lass mich. Verdammt nochmal. Wo wir gerade bei Fourth Wall Breaking waren. Immer passiert mir das. Immer vergesse ich das auszustellen. Okay, ich soll die Tür zu meiner Linken betreten. Aber was ist, wenn ich... Wenn ich rechts gehe? Kann ich dann den Erzähler verwirren? Warte mal. This was not the correct way to the Meeting Room. And he knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Oh geil, der hat für alles eine Antwort. Wie cool. Gut. Gehen wir zum, äh... Zum Mitarbeiterraum. Komme ich hier eigentlich irgendwo rein? Wie viele gibt's denn hier? Was war unsere Nummer 427? Wenn ich mich recht entsinne. Okay, das ist alles geschlossen. Ich frag mich, ob wir hier irgendwas verpassen könnten oder so. Keine Ahnung. Das lässt sich zumindest mit nichts, äh... Interagieren, was ich jetzt, äh, bemerke, oder? Yes, truly a room worth admiring. The amazing, Alter. Oh Gott, das fühl ich wie in einer Lego-Welt. Oh, ich hab so Arzt-Wartezimmer-Wipes. Aber so die Art von Arzt, wo du gleich irgendwie eine Versicherungspolizee unterschreiben willst. Ich bin hier raus. Nee, ich geh sofort raus. Okay. Die erste Tür zu meiner Linken. Die hier, die offen ist. Ich weiß nicht. Was würdet ihr... Das sieht irgendwie interessant aus, muss ich sagen. Ich geh mal wirklich hier rein. Und so he detourred through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Nein, ich drück diesen... Ah, das ist so verführerisch. Verdammt normal. Ich tue es. Ich tue es einfach. Ich drück auf den roten Knopf. Wo fahr ich hin, Mr. Erzähler-Boy? Oh, bitte... Oh, bitte lass mich nicht allein. Ja, genau. Es tut mir leid. Er musste... Ja, wohin? Okay, okay. Das ist amazing, Alter. Warum habe ich das noch... Nee, 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 nee. Nicht 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 nicht. Warum hätte ich immer gesagt, es war nicht nicht? Was war ich da? Es ist klar... Oh, Gott. Wollt ihr einen Moment, bitte? Naja, ich warte, ich warte, ich warte. Der guckt nach. Lol. Okay, ich kann nicht wählen gerade. Down, left, right. Ja, ja, okay, okay, yes. Ja, ich bin gespannt. This story is absolutely, definitely this way. Sure about that? Warum haben wir hier eine Garage in diesem Büro? Was ist das denn? Hallo? Wer hat das Licht angelassen? Ich habe sehr viele Fragen. Jo, wirklich hier runter? Ist irgendwie slightly creepy. Oh, Gott. No, 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 no. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Wir werden überrascht. Überwacht. Beides. Okay, okay, we just have to get back to, um, oh. Who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story can be unusable. Okay, wo bin ich? Nein! 4, 2, 7, da bin ich. Hallo? Nein! Ich will nicht nochmal anfangen. Spiel, du bist ein Arsch. Okay. Okay, soll ich dieses Mal ihm einfach komplett folgen? Das hat immer andere Konsequenzen. Das ist so geil. All of his Co-Workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the Meeting Room. Okay, ich gebe zum Meeting Room. Ich habe ja hier nur, nur einen Weg, richtig? Okay, ich gehe mal da schnell hin. Ich glaube, hier war es. Oh, mit. Wait. Wait. What? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over. Completely fresh. Everything should be... Oh, did something happen? Okay, es verändert sich auch jedes Mal. Stanley, it didn't change anything, when we were back in that room, with all the monitors. Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Let's find the story. Oh, Mann, Alter. Okay. Ähm, ich gehe mal hier lang. Da wollte er mich eigentlich hinschicken. Mal gucken. Hmm. I don't know. Oh, Gott. Ja, aber... Äh... Alter, das ist jetzt doof. Gut, da geht's wieder in den Ausgangsraum. Moment mal. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich bin so verwirrt. Oh, Gott. Ich gehe einfach mal hier lang. Oh, das ist das übelste Labyrinth. I'm sorry. Hier gab es mal eine Geschichte. Komm, start nochmal neu. Also nicht, wenn jedes Mal neue Türen kommen. Ja, aber wir probieren es nochmal. Wir probieren es nochmal. Komm, komm, komm. Du kannst mich auch gleich im Meeting Room rauslassen, Alter. Hahaha. Meeting Room, here I come. Again and again and again and again. Okay, cool. Ich glaube, die Geschichte kann ich nie wieder so erleben, oder? Wenn ich sie einmal falsch gelaufen bin. Gut, was machen wir denn? Also hier kommen wir offensichtlich nicht weiter. Dann wird irgendwo irgendetwas anderes offen sein. Ich gehe mal zurück. Wie viel Text er hier hat einsprechen müssen dafür. Aha. I knew we'd miss something. Was'n? Ja, ja, wo, wo, wo? Hoch, runter, links, rechts. Wart mal, wart mal. Hier bin ich gar nicht lang gegangen. Warte, warte. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Äh, oh. Au. Äh. Ich hab'n ganz mieses Gefühl hierbei. Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Naja, das ist jetzt hier halt, keine Ahnung, im 14. Jahrhundert in Niederlanden oder so. Ich hab'n komplett vergessen, was wir tun sollten, was wir tun sollten, was wir tun sollten, was über das? Du gewinnen! Du gewinnen! Gratulation! Ey, das war's! Stanley Parable! Iiiiih. Buh! Nee, schön. Schön. Ich will's jetzt aber ein bisschen wissen. Ich auch nicht, Mann. Ich bin unbefriedig, sowas von. Ich bin unbefriedig, sowas von. Ich hätt' ihn gleich folgen müssen. I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care, what might happen this time. I have to restart. Das ist auch so ein Gefühl von, von stetiger Reue und irgendwie Unsicherheit. Guck mal, jetzt hab' ich hier einen Pfad auf dem Boden, damit ich's nicht wiederversaue. Ergibt sich hier irgendetwas anderes. Partition Corp. Providing Partitions for 56 years. Okay, Partitionen, Alter. Okay, ja, ja. Time to make sure we don't get lost. I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Äh, TM. Just follow the line. How simple is that? Warte mal, bin ich da lang? Äh. War das hier? Moment mal, nein. The line knows where the story is. It's over in this direction. Ich lade, ich lade hier weiter. I'm with Stanley, to destiny? Nope. Here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination? Even if there's no story there. Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Ist ne Geschichte ohne Ziel immer noch ne Geschichte? Oh, jetzt kommen wir zu den philosophischen Fragen. Das Wesen des Seins ist neben der subjektiven Erfahrung von eben diesem Sein. Okay, now if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa, 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 whoa. Hang on. Oh Gott, ich brauche Schnaps für sowas, Alter. Und ich sage das als Philosophie-Student. Ehemaliger zumindest. Ich denke, was wir jetzt brauchen, ist ein bisschen Musik, um die Moodle zu erweitern. Kann ich das nochmal... Kann ich... Kann ich das nochmal als Paper haben? Ach, du bist so bescheuert. Warte, da steht was. Fragezeichen. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Ich hab die Prämisse des Games jetzt kapiert. Ich hab mir sowas gedacht, aber ich hätte nie gedacht, dass das, ich sag mal, so genial zelebriert wird hier. Das ist ne ziemlich interessante Frage. Ist ne Geschichte nur ne Geschichte, wenn sie ein Ziel hat. Ja, wenn die sich über das Ziel definiert und nicht über die Reise. Aber was ist interessanter? Vielleicht die Reise an sich. Und ich glaube, das ist auch die Quintessenz in diesem Game. Aber das werden wir noch rausfinden. Ich hab Angst vor nem Jumpscare. Ich glaub, hier sind keine, oder? Das ist so witzig, Arno. Hier müsste mal dringend wieder jemand aufräumen. Können nicht mal Licht reinlassen. Die Außenwelt existiert... Ja, dankeschön, dankeschön. Und look at that fern. Die... Was? Die... Die... Farn? Die... Da hinten? Wait. Wait. We're back at the office? Was für ein Farn? No, no. Line. You do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Wait... Wait... Wait a sec. Wait. Warte mal. What? Das macht keinen Sinn. Was ist der Anfang? Hä? No! Okay, die Wege kreuzen sich, das schickt mich komplett... Warte mal, hier habe ich gestartet! Äh, jetzt bin ich... Alright! Der ist verglitscht dir! 2,34! Sollten wir uns merken! Yep! Schreiben wir die Geschichte einfach neu, so wie sie kommt! Die Zeph-Story! Die Zephs Parable war doch! Oh! Das klingt alles perfekt verwendbar! Warum nicht wir einfach in... Ich weiß nicht... Wie geht es um diese Richtung? Okay! Okay, wir können auch da lang! Gibt es hier überhaupt... Jemals irgendwie... Ja! Das ist spannend! Nur mich und Stanley fürchten einen neuen Weg, eine neue Geschichte! Das könnte alles sein! Was willst du unsere Geschichte sein? Wir wollen... Äh, Ideen! Oh Gott, Alter! Ich verliere schon die Sprachfähigkeit! Bubble, kriege ich ein Sponsoring? Die Ideen! Auf jeden Fall! Das ist so dieses... Wenn du permanent Englisch hörst, das verstehst, aber auch das gleichzeitig Deutsch liest und auch verstehst! Dann vermischen sich so die Dimensionen irgendwie! Okay! Das ist aber jetzt nicht unbedingt der aufregendste Teil! Können wir bitte nicht in den Backrooms sein? Danke! Haha! Die Idee schon wieder! Haha! Haha! Akzeptiere sie, TM! Okay! See ya! Goodbye! Wir sehen uns wieder vielleicht irgendwann! Wenn ich's mal wieder verkacke! Eine Wahl! Wir müssen eine Entscheidung machen! Von hier ist die Geschichte in unseren Kontrollen! Ja! Wie wichtig, dass wir die Möglichkeit nicht verspielen müssen! Ich brauche eine Minute bis zur Nacht! Okay! 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 So I know that each door has to lead somewhere! Which means that somewhere, the place where we are trying to go, there must be a reversed door that leads here! And that in turn means that our destination corresponds with that counter inverted reversed doors origin! Das Prinzip von Räumlichkeit, ja! Ja! Für was? Richtig! Inwiefern? Richtig! Das Verwirrungsende! Du spielst das Verwirrungsende seit 1744! Oh! Hold up! Was ist das? Oh! 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 Was? Versuch eine Story zu erfinden! Erzähler starten das Spiel neu! 8. Neustart! Erzähler starten! Stanley stirbt! What? Warte mal, warte mal! Es gibt keine Mühe, aber man schafft es nichts! Eine Buchhandlung finden! Wo bin ich gerade? Erinnert sich an nichts! Ich bin hier! Woah! Stanley versucht die Story zu spielen, wird aber verhindert! Ich will da nicht hin! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Er wird's tun! Ja, Ablaufplan für das Verwirrungsende! Kommt uns jemand holen? Es ist egal, welche Tür wir genommen haben! Erzähler starten das Spiel neu! Ich bin hier! Der Weg ist das hier! Jetzt sind wir hoffentlich genau an diesem Punkt! Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es noch drehen können! Nein! Ähm... Okay! Ich hätte mir das vielleicht... Der Erzähler erinnert sich an nichts! Ich versuche jetzt, der Story zu folgen! Das ist das, was da stand! Und dann irgendwann bin ich nicht mehr in der Lage dazu! Richtig? Ich würde zu seiner Linken! Okay! Und jetzt? Ich werde aufgehalten! Tim's for not getting fired! Don't get fired! Stanley decided to go up to his boss's office! Hoping he might find an answer there! Uh oh! Room Closet! Oh, viel Spaß! Office von meinem Boss! Ah... Hoch oder runter? Ich bin mir nicht sicher! Wahrscheinlich oben! Oh ja! Das sieht aus! Das sieht sehr bosshaft aus! Definitiv! Executive Bathroom! Hahaha! Alles klar! Okay! Ich muss nicht nach einem Termin fragen! Oh mein Gott! Was? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned, to discover not an indication of any human life. Schock! Unrabbled! Stanley wondered in disbelief, who orchestrated this? What dark secret was being held from him? What he could not have known, was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth, Okay, hier hinter ist die Wahrheit! And so the boss had assigned it an extra secret PIN-Nummer 2, 8, 4, 5 2, 8, 4, 5 Ich konnte das nicht wissen, sagt er! Das Ding ist, hätte ich das jetzt nicht richtig gedrückt, weil ich es nicht wissen kann! Oh, da muss ich übelst Meta denken! Und mal kurz abwarten! Natürlich konnte ich das nicht wissen! Moment, aber schreite ich jetzt die Story voran? Oder? Hier geht's hinab ins Dunkle und hier geht's... Wohin? Wait! Hier geht's noch weiter! Oder? Ich... Ist gar nichts mehr! Ich... Warte! Okay, wow! Ich dachte jetzt, ich äh... Ich bin irgendwie gefangen oder so! Es hätte ja auch sein können, dass das dazugehört! Aber nein, ich glaub, da war einfach nur eine schwarze Ecke! Boah, meine Güte! Warum ich mich nicht zugehörig fühle? Das werde ich bald beantwortet! Mind-Control-Facility? Escape! Oh, don't tease me, Alter! Ist jetzt halt das Verwirrungsende, ne? Ich soll der Story folgen! Aber ich habe an einem gewissen Punkt der Story schon nicht gefolgt! Ich hab... Ich hab nämlich den Code gewusst! Ich... Ich... Mach mal, was er sagt! Krass! Ich bin gespannt! Vielleicht kommen wir ja so zu irgendeinem anderen Ende! Au! Das ist dieser Bildschirmraum! Da oben war ich! Ich hab hier nur das Licht angemacht! Mal gucken, wo es da hingeht! Wahrscheinlich hier von Plattform zu Plattform! Hier sind noch weitere Buttons! Ah, das aktiviert die Camps! Ne, hier ist sonst nichts weiter! Für die Kameras! Krass! Die werden alle beobachtet! Freiheit bedeutet nichts! Warte mal, wo bin ich? Zwei... Zwei... Vier... Äh... Warte mal... Vier, zwei, sieben! Ich weiß genau, das muss... Das muss switchen! Moment, 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 Moment! Äh... Vier... Hier wäre ich! Da! Aber mit meinem ist nichts! Das finde ich interessant! Fahren wir hoch? Das konnte nicht wahr sein! Vielleicht... Bin ich das Subjekt, was nicht funktioniert hat? Weil ich ja nicht mal auf den Erzähler gehört hab! Ist es das? Spiele ich das? Warte mal, ich bin der Spieler! Ich bin der Spieler und kontrolliere ihn! Deswegen Gedankenkontrolle! Und er wird sich dessen bewusst! Boah... Alter... Was? Aber hier war die Bez�ung! Der Schirm der Operation! Kontrollen, die labelen mit emotionalen Wissen Glück Ausatmen, oder glücklich Funktional! Walking, eating, working Trief und arbeitet Det auch gut von dieser dringten Ort Und als die kundgemäßigkeit des Vergangenes Der Zeit kam zu spien Luego wurde das Schnaß Der Schnaß Ausatmen downhill Der Schnaß Über andere Menschen Ab Unterhalt Er Er würde die Kontrollen einmal und für alle ausmanteln. Ja! Tatsächlich! Auf jeden Fall nicht. Dann bedeutet es aber, dass das kein Spiel mehr ist, richtig? Also nicht nach Wissen oder Macht gestrebt, sondern nach Glück. Ich bin in Chaos? Oh, wirklich? Okay, Stanley, das ist jetzt dein Leben. Normalerweise müsste ich dann keine Kontrolle mehr haben über das Game. Das ist ja krass. Und ich habe keine Kontrolle mehr. Boah! Gänsehaut, Digga! Okay! Genial! Errungenschaft freigestellt! Schlage das Spiel! Krass! Ich habe es gewonnen, Alter! Ich habe es gewonnen! Das ist ja krass! Okay! Ich glaube übrigens, das ist noch der Original-Content. Ich glaube, das Spiel weist einen darauf hin, wenn wir Inhalte sehen, die in dem ursprünglichen Spiel noch nicht da gewesen sind. Von daher ist das jetzt nochmal alles, was Stanley Parable hier sozusagen damals auch so beliebt gemacht hat und was vielleicht schon viele kennen. Okay, ich habe es geschafft! Ich habe Stanley befreit! In meinem allerersten Playthrough! Ich schwöre, ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe! Wo sind alle hin? All diese Co-Workers waren weg. Was könnte es sein? Stanley hat entschieden, zu gehen, in die Gespräche zu gehen. Vielleicht hätte er einfach eine Memo gewonnen. Erinnert er sich daran, was gerade passiert ist? Als Stanley kam zu einem Set von zwei öbten Türen, hat er die Tür auf seiner Seite. Auf seiner Seite. Ich bin so... Ich will da so wieder reingehen, aber ich denke mal, wir haben dann wieder den gleichen Weg. Wir könnten den an der Stelle, wo wir den Code eingeben, könnten wir es dann wieder lassen. Wisst ihr, was ich meine? Um dieses Verwirrungsende vielleicht irgendwie zu triggern. Ich probiere das mal! So! 2, 8, 4, 5. Die kann ich natürlich nicht wissen. Hm. So. Ich weiß es natürlich nicht. Die Frage ist jetzt, ob ich da irgendwie... Oh! Anders! Ist doch sinnlos, etwas in das Gerät einzugeben. Hahaha! Der tiest mich so! Nein! Ich kann es ja nicht wissen! Hm. Hm. 1, 2, 3, 4. Natürlich nicht. 2, 8, 4, 5. Hahaha! Ich mach es nicht! Ich bin einmal reingefallen! Diesmal nicht! Ah ah! Ah ah! Kannst du vergessen, Spiel? Nope! Nope! Werde ich nicht tun! Ah 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 ah! Musst den neuen Spieler suchen, tut mir leid! Aber Zef wird es nicht für dich erledigen! Weil sie aktivierte sich die Notüberbrückung des Docks. Wait! Das kommt doch gleich hinaus! Nein! Ah ah! Ah ah! Stanley versucht die Story zu spielen, wird aber aufgehalten. Da will ich halt jetzt, jetzt, jetzt eigentlich hin. Weißt du was ich meine? Aber ich darf irgendwie nicht. Hm. Ich dachte jetzt, dass tatsächlich irgendwie was anderes passieren würde. Aber keine Ahnung, was genau. Weil an sich macht der jetzt mit dem Plan weiter. Und da stand halt, diesmal habe ich es mir abfotografiert. Was halt, was halt der Plan ist. Nur, ähm. Irgendwie nützt mir dieses Wissen jetzt gar nichts. Also ich meine den Plan vom Verwirrungsende. Vielleicht. Das ist die Story. Ich darf da nicht hin. Ich darf nicht. Das ist vor allem, sieht aus wie eine Lüge. Hm. Ja, ich glaube das kommt halt aufs Gleiche hinaus. Genau. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Aber gut, jetzt wissen wir es. Warte mal. Das hat er noch nie gesagt. Augenblick. Stanley hofft, dass er eines Tages wieder Wetter sehen wird. Fenster. Ist vielleicht irgendwas hier an den Windows? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal weiter. Das ist interessant. Ich habe jetzt manuell neu gestartet. Oh mein Gott. Das macht mich fertig. Zu seiner Linken, ja. Ah. Um das Ganze wieder zu starten. Zum Beispiel um zu diesem Escape raus zu gehen. Müsste ich halt das jetzt alles nochmal machen. Vielleicht möchte ich das jetzt alles nochmal machen. Wait. Cut the music. Go back and look at that fern. Stanley. This fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. Okay. You won't want to miss anything. Ich soll mich an den genau erinnern. Das hat er vorhin nicht gesagt. Weil ich nicht zurückgegangen bin, um mir den anzuschauen. Soll ich davon ein Foto machen? Warte mal, ich mach das mal. Ich weiß nicht, was ich genau daran mir merken soll. Ist hier irgendwo irgendwas versteckt? Ich bin mir nicht sicher, steht irgendwo was? Oder verarscht der mich? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Okay. Ich bin gleich wieder da, Freunde. Ja und genau da werde ich jetzt nicht reingehen. Sondern ich folge mal hier diesem Escape Hinweis. Und schaue, was dann passiert. Okay. Also, ich möchte es zumindest erleben. Ich kann ja einfach restarten. Nicht wahr? Die Tür hinter ihm war nicht geöffnet. Stanley hatte noch jede Möglichkeit, um sich zurückzuholen und zurückzuholen. Oh Gott, oh Gott. Don't tease me. Ich wusste, ich weiß ja, was da passiert, da hinten. Nein, 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 Stanley, komm, wir gehen jetzt sterben. Wir gehen jetzt eine Runde gemeinsam zusammen sterben. Yep. Oh Gott. Was passiert? Wirklich jetzt? Ist das mein Ende? Also, ich meine, ich schätze, Escape war dann halt auch nicht gelogen, ne? Oh. Okay. Okay. Ah. Auch. Auch. Äh. Äh. Was, 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 was? Was? What? Stanley kann nicht die größte Bild. Er kennt die wahre Geschichte nicht gefangen. Er kennt die wahre Geschichte nicht gefangen. Er kennt die wahre Geschichte nicht in seiner begrenzten Vorstellung. Ja, weil ich nicht entkommen will. An diesem Punkt habe ich die Wahrheit nie festgestellt. No! Okay, bye, Leute. Ciao, Stanley. Au. Wait. In a single visceral instant Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Warum erzählt das jetzt jemand anderes? What? The Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart again, like in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Alter, das ist jetzt noch eine Ebene mehr. God damn. When every path you can walk has been created for you long in advance. Death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit? Stanley, er war bereits tot, als er auf Start gedrückt hat. Weil alles vorbestimmt war. Egal, was ich mache, das ändert nicht die einzelnen Wege. Die sind eh schon da. Knopfgeräusche. Ach lol. Das sind jetzt die Endcredits hier. Moment. Das sind die ganzen Extras und Gimmicks quasi. Wie in einem Museum. Ist das genial gemacht, ey. Heiliges Schlachtfeld. Schon früh in der Entwicklung haben wir ein Ende entworfen, bei dem Stanley auf einem Schlachtfeld landet und gegen Aliens kämpft. Das Actionspiel sollte empfindungsfähig werden und Krieg gegen den Erzähler führen. Kurz nachdem wir mit der Entwicklung begonnen hatten, merkten wir, dass das viel zu witzig ist und kurz gedacht war. Zu kurz für den Charakter des Spiels. Außerdem wurde das von manchen Leuten so interpretiert, dass das Spiel sich über Leute lustig macht, die Ego-Shooter mögen. Was nicht unsere Absicht war. Meint ihr das? Meint ihr, die haben das gemacht? Oder gibt es nur diese Screenshots? Das hätte ich gerne mal gespielt. Erzähler-E-Mails. Nach dem zweiten Trailer haben wir die Leute darum gebeten, dem Erzähler Fragen per E-Mail zu schicken. Obwohl wir diese für weiteres Promotria eingeplant hatten, haben wir keine perfekte Anwendung dafür gefunden. Hier sind einige dieser E-Mails. Sind Kapiwarras in dem Spiel. Sind so diese Tierchen. How do you stay in shape? Michael the Rock Martin. Okay. Okay, jetzt machen sie sich über uns lustig. Das Büro. Alter, das war gerade creepy. Wohnungstimer. In einer früheren Version der Entscheidung, die zum Apartment-Ende geführt hat, hat ein Timer... Es gibt ein Apartment-Ende. Ich muss das alles noch... Warte mal. Mit 15 Sekunden Zeit gegeben, um ans Telefon zu gehen. Wenn man nicht ans Telefon gegangen ist, hat er zu einem anderen Ende geführt. What? Lastenaufzug. Man sollte immer die Wahl bieten, auf dem Weg zu bleiben oder einen anderen Weg zu springen. Nach dieser ersten Version entschieden wir doch, dass auch die Optionen wollten, dass der Spieler in den Tod stürzt. Okay. Werden hier die Endings gezeigt schon? Ich weiß es nicht. One Option. Meeting Raum. Two Options. Vent. Wartungsraum Grundrät. Es war wichtig, den Lauf der Gänge nach den ersten beiden Türen richtig hinzubekommen. Dass der Spieler wiederholt durch sie gehen würde. Wir haben eine Reihe von Entwürfen diskutiert, aber letztendlich hat sich die einfachste Variante durchgesetzt. Ich will mich nicht zu sehr spoilern. Das ist übelst krass, Alter. Okay. Es gibt, glaube ich, noch so viele Enden. Überwachungsaufzug. In Zeit lang konnte der Aufzug im Montagsraum nach oben oder unten fahren. Mit Freiheit und Countdown. Die Spieler fanden es zu schwierig, sich zu merken, was oben und unten war. An und aus, meinst du? Oder ich und Stanley. Der Erzähler ist auch mit mir gestorben. Beenden. Ich kann es immer noch beenden. Sonst wäre ich in einem ewigen Kreislauf gefangen, richtig? Und ich glaube, das war es erstmal mit meiner ersten Folge von The Stanley Parable. Es ist unglaublich gut. Ich freue mich so darüber, dass ich angefangen habe, das Ding nachzuholen. Ich weiß, das war jetzt noch nicht der neue Content. Da müssen wir erstmal hinkommen. Aber, Alter. Dieses Spiel bietet so viel. Das ist wieder eins dieser Dinge, die mich irgendwie noch danach übelst krass beschäftigen. Und wenn ich an jeder Ecke stehe und denke, wow, Alter, was die alles eingebaut haben. So an Details. Ich habe eben, wo ich nochmal in dem Büro vom Chef stand, den Code sofort eingegeben. Und der Erzähler hat gesagt, ey, 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 gönnst du mir hier nicht mal eine Minute? Okay, hier ist ein bisschen Chillmusik. Ich glaube, das habe ich gar nicht eingeblendet. Aber es gibt so viele kleine Überraschungen hier irgendwie. Das ist amazing. Meine Güte. Leute, wenn ihr Fun dran hattet, wenn es euch interessiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich Bescheid und kann da gerne noch ein, zwei, drei, weiß ich nicht, Folgen für euch aufnehmen. Wenn nicht, ist es auch okay. Dann behalte ich die Experience irgendwie für mich. Aber entscheidet Ihnen das gerne mal, ob ihr das spannend findet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, was auch immer das sein wird. Dankeschön fürs Zuschauen und haut rein.